Willkommen zurück zu SFS und ihr seht die Mars Venus Basis, genau die Venus Basis ist fertig. Es ist nicht besonders viel, aber wir hatten noch nicht so viel Zeit. Ich habe hier ein paar Module aufgebaut und ich habe die auch schon längst abgeschickt. Bisher weiß ich noch nichts davon, wer gewonnen hat und vielleicht, wenn ihr das Video schaut, vielleicht ist dann das schon draußen. Jedenfalls habe ich da keine Ahnung. Ihr seht, ich habe hier ein paar Module aufgebaut und ich muss zugeben, es laggt ganz schön. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier einfach nur die Basis aufgebaut und ansonsten so ziemlich gar nichts. Es ist schon ziemlich schrecklich, wie es hier laggt. Deshalb denke ich auch nicht, dass ich in SFS Colony hier eine Kolonie bauen werde. Das hier ist in meiner Testwelt drin. Das ist nicht SFS Colony, nur so, falls ihr euch wundert. Ich hätte es natürlich auch dort machen können, aber sah ich jetzt nicht unbedingt großen Nutzen darin. Und ich würde ganz gerne durch die einzelnen Module durchgehen, aber ich komme nicht auf die Karte, weil es, wie gesagt, es laggt total. Oh, es hat kurz geklappt. Ja, lassen wir jetzt einfach. Ganz rechts ein Rover. Ja, das ist ein Transport-Rover und mehr auch nicht. Also ich hatte nicht wirklich einen Nutzen dafür. Ich meine, das ist hier die Basis, die ist so ziemlich komplett. Und ich dachte, irgendwie einen Rover hinzufügen wäre ganz cool. Warum ein Transport-Rover? Keine Ahnung. Ich hatte einfach nur noch zwei Stunden Zeit und ich wollte noch irgendwas hinzufügen. Deshalb war es dieser Rover dort. Links daneben sind Landepad, Treibstofftanks und natürlich das Raumschiff, das wieder bis zur Erde hinkommt. Und falls ihr euch erinnert, das war auch in meinem Venus-Tutorial drin. Also ich habe so eine ziemlich ähnliche Rakete genommen. Jetzt, wo ich natürlich die Expansion habe, habe ich natürlich ein paar andere Teile benutzt, aber dieses Raumschiff, was ihr da seht, ist genau dasselbe. Und vielleicht seht ihr es auch, die Landebeine von dem Landepad sind verschieden lang bzw. groß. Weil Venus hat eine, ja, ziemlich raue Oberfläche, wie ihr sehen könnt. Da ist kaum glatte Fläche. Und deshalb habe ich mir gedacht, das kann man mit so zwei verschiedenen Landebeinen ganz gut machen. Und ihr seht, das ist fast, fast perfekt gerade. Das mag ich auf jeden Fall. Hier in der Mitte, ja, ihr kennt es wahrscheinlich nicht. Viele Leute auf dem Discord-Server haben es auch nicht erkannt. Das ist eine Dampfmaschine. Und zwar, ja, erzeugt sie Strom aus Dampf. Und, naja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum eine Dampfmaschine? SFS kommt bald auf dem PC raus. Und ich bin eigentlich, ja, geteilter Meinung, es soll teurer werden als, ähm, als auf dem Smartphone, also auf Mobile. Was ein bisschen doof ist, aber, na gut, kann man jetzt nicht verändern. Ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Ich denk mal eher weniger. Jedenfalls, äh, zum Jubiläum quasi hab ich hier eine kleine Dampfmaschine gebaut. Und auf der Venus, wo Hitze quasi unendlich existent ist, kann man auch unendlich Wasser in Dampf umwandeln. Und dadurch ist eben eine Dampfmaschine sozusagen eine erneuerbare Stromquelle. Links daneben, ja, ein kleiner Bohrer. Ähm, ist so ähnlich wie der Rover. Hab ich einfach hingeklatscht, ganz ehrlich. Ähm, ja, was macht man mit dem Bohrer? Man sucht nach irgendwelchen Rohstoffen oder Erzen. Und da haben wir links daneben, wie ich sie nenne, äh, die Stacks, falls ihr Ready Player One kennt oder so. Ähm, da gibt es so, äh, einen Ort in Ohio und, äh, da sind so ganz viele Wohnwagen aufeinander gestapelt und das war die Inspiration dafür. Wir haben unten die vier irgendwelche Module. Oben rechts haben wir dann so einen kleinen Aussichtsposten, also wo man dann auch Sterne und so beobachten kann. Und links daneben natürlich Kommunikationsturm, also verschiedene Größen an Antennen und an Satellitenschüsseln. Ja, Leute, das war's auch mit der Folge. Äh, ähm, viel mehr habe ich nicht gemacht. Ähm, sobald die Gewinner rauskommen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache dazu kein Video. Ich mache das nur als Community Post. Ähm, wer dann gewonnen hat, ich denke mal nicht, dass ich gewonnen habe. Aber ich war dabei und, äh, das ist so ziemlich alles. Ich habe ja auch schon, ähm, die Expansion, also brauche ich die nicht wirklich. Und ich weiß nicht, bestimmt würde es euch gefallen, wenn, wenn ich gewinne, dass ich dann einfach verlose. Aber wie gesagt, ich denke mal nicht, dass ich gewinne. Ähm, müssen wir halt mal schauen. Jedenfalls war's das mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!